Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir machen weiter mit dieser Ozeaniden-World-Quest. Und diesmal mit dem Teil die Geschichte der Prinzessin und der Abenteurer-Truppe. So. Nein. Muss ich da wieder dorthin machen. Nämlich ich weiß, dass ich das schon eingesammelt habe. Das ist halt richtig nervig. Wenn du alles schön mit einer Map einsammeln willst und dann wirst du halt praktisch bei der Quest gezwungen, das einzusammeln. Ähm, wir wollen da hin. Hallo? Andere Richtung? Ich hab was verpasst, glaube ich. Äh, ich dachte, wir wollen den Brunnen benutzen. Um da... Na egal. Also ich hab gedacht, die Prinzessin-Figur wär der Schatz der Zeit. Dass wir das jetzt haben und jetzt einfach hochfliegen, oben aufmachen und dann da reingehen oder so. Und nicht, dass jetzt erst dieser komische Schatz kommt. Ja, okay, wir müssen... Äh... Schatzkiste. Eine Blasenstellung aus irgendeinem Grund greifen sie uns nicht an, sondern hilft uns vielmehr, das Siegel des Schatzes zu brechen. Kontrolliere den Wasserfaden und die Hindernisse, um die Wasserblasen zum nahegelegenen Ringforming-Apparat zu leiten. Okay. Lass erstmal das da holen. Also. So. So. Wee. 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 Okay, wir schlagen da nur drauf, denn es ist weg. Und dann kann die Blase da durch. Okay. Okay. Hier. Aha. Moment. Moment. War da gerade was zum Interagieren, als ich langgeschwommen bin? Nein. Ich kann die Schatzkisten aufmachen. Oder die Geldkisten. Okay. Okay. Za. Amen. Amen. Easy. Das habe ich auch rausgefunden, dass man die Attacke sogar gedrückt halten kann. So. Und das war es jetzt schon. Kurze Folge. Ah, okay. Das hat Zeit. Weil es eine Uhr ist. Wer hätte das getan? Nein. 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 Okay, die Truppe ist versammelt. 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 Und dann mal rein. Und dann mal rein. Die Truppe ist versammelt. 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 Okay. Die Truppe ist versammelt. 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 Das muss der Anführer entscheiden. Und das sind nicht wir. Ach ne. Die wollen uns so hoch bringen. Ich schwöre, dass ihr hättet auch einfach irgendwie einen Fahrstuhl anmachen können, irgendwie, mit eurer Kraft. Und der Fahrstuhl wäre wahrscheinlich auch schneller gewesen. Oh, das sieht nach Spaß aus. Blut? Blut, Blut? Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Es könnte ein Pfad sein, es könnte eine Falle sein. Lass uns loslegen. Okay. Sehr kurzes Kapitel. Next ans Geschichte. Also ich glaube, die Prinzessin ist an. Aber weiß es nicht mehr. Vielleicht nur so als Grundgedanke. So ein bisschen. Okay, das ist unter dem Kontinent sogar. Das ist gar nicht mehr unter dem Wasser. Weil hier haben wir unter Wasser angefangen im ersten Part. Ich habe gedacht, das geht in die Richtung unter Wasser. Okay. Keine Schätze. Ich meine, wir haben gerade was bekommen, aber... Mehr? Wieder diese Energie. Okay. Ja. 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 Just what will we come across this time? Okay. 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 Raum durchsuchen. Schwert bekommen. Pam. 32.000 Schaden. Nice. Gucken. Okay. Hallo. Da war noch eine Etage. Wurde gescammt. Noch ein Seepferdchen. Keine Kisten. Zu kurz. Lass mich nochmal versuchen. Okay. Kein Mut. Hm. Jetzt nicht wieder eine Etage auslassen. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Schwöre. Ich habe gedrückt. Wie ist die Nase? Und jetzt machen wir einmal einen großen Kreis drum rum, kommen wir auf der anderen Raumseite wieder raus und dann ist der Schild weg. Ein Unterrichtsraum. Okay. Nee, aber wenn... Also wurde gesagt, auf die Prinzessin ein Mensch ist? Einfach immer nur Prinzessin gesagt, ne? Ja, das war die Prinzessin gesagt, ne? Ja, das war die Prinzessin gesagt, ne? Ja, das war die Prinzessin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2022 Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Okay, lässt es uns aber auch wieder rückwärts gehen. Aha. Ah, guck mal. Man ist nicht immer im selben Raum rausgekommen, sondern immer ein Stockwerk höher. Okay, dann brauche ich das nicht wegschneiden, weil das genau richtig war, dass man dann beim letzten zurückgeht. Okay. Nö, nö, nö. Ja. Da ist der Raum mit dem 3, da ist der andere Raum. Und es ist doch wieder... Das sieht nach Bossraum aus. Okay. 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 hoffen wir mal, dass der Raum konstant nass bleibt. Ja, ne? Ja. Oh, sehr schön. Okay. 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 So. Okay. So. 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 Ich sehe alles. Emerge. Hier. Emerge. Kein Rest für die Wicked. Hey! Hallo? Ähm, es füllt auch nichts auf, das Viech schießen, ne? Ich sehe alles. Danke. Hat aber gedauert. Danke. 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 Was trinkets ließ in diesem desolatischen Plain? Ja! Ah, what? Oh, das Bild habe ich schon mal gesehen vom Buch Also nicht vom Buch sondern das Bild, was da im Buch gezeigt ist habe ich ihn schon mal auf Twitter gesehen und das Bild Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020